Wie geht's euch Leute, alles klar bei euch? Ich zieh mal kurz meine Cap hier ab, ganz kurz. So jetzt sehe ich direkt 30% asozial aus. Hallo? Ist alles okay bei euch? Okay, bye bye. Bye bye. Hallo? Ah! Was? Lunge, Alter! Halt an! Warum denn? Ich hab doch nichts gemacht. Fahr das Auto zurück, ich schwör's dir. Warum? Was ist denn los? Lass den Kopfraum in Ruhe. Fahr zurück. Ja, das ist doch okay, ja? Ja, ist doch okay. Bleib mal ruhig. Bye, have a great time. Steh auf, du bist gewohnt! Ulan Haka. Bruder, ich hab die geritt, Bruder! Guck mal, die denkt jetzt, die denkt jetzt, ich geh hier hin. Fuck. Guck mal, ich sag euch mal eine kleine Sache, damit ihr das als Richtlinie habt, ne? Du hast eine gewisse Anzahl von aktiven Zuschauern. Bei mir ist das so um die 200, 250. Und ich hatte eine Zeit lang knapp 700 Subs, Bruder. Das geht eigentlich gar nicht. Das waren halt alle Sub-Gifts gewesen. Als Richtlinie kannst du ungefähr sehen, wenn du so viele Subs wie deine aktive Zuschauer hast, ne? Sprich, wenn du 200 aktive Zuschauer hast und 200 Subs, dann bist du gut dabei. Deswegen, lasst euch nicht blenden, Digga. Lasst euch nicht davon blenden, wenn ich auch mal 10.000 Subs habe, obwohl ich nur... Digga, ich hab einen Typen, Digga, der heißt Ganja-Smoker, okay? Die, die Ganja-Smoker kennen, wissen, okay, der Typ, dem ist nicht zu helfen. Das ist so ein Herzensmensch, ne? Der hat alleine an meinem Geburtstag 55 fucking Sub-Gifts verschenkt, mal. Und diese 55 Sub-Gifts, die sind halt verschenkt, ne? So, die hast du für diesen Monat, aber das sind keine aktiven Subs, sag ich mal. Deswegen habt das so ungefähr als Richtlinie. Hallo, Rolli! Hackman hier! Ja, Hackman vor Präsident, ey, ich hab ein neues... Ich hatte die anderen Schwierigkeiten, die aber beseitig sind. Okay, weil sonst hätte ich euch jetzt alle kaputtgeschlagen, hab dann aber Glück gehabt. Geht Beat vielleicht noch leiser, vielleicht hör mir dann gar nichts. Gib mal Döner, du Hund! Ali, du gibst du mir bitte Döner, ja? Ali! Ali nix lebt er mit Fremde. Ali, gib mir einen Döner! Ohne Zwiebel, ohne Fleisch und Brot. Habt ihr es erwart? Ja, äh, Rolli, ich bin bei so einem Döner, ja? Sagst du bist du bei Aslan, er weiß, wer ich bin. Aslan oder so heißt der. Bei Aslan. Ja, ich bin von seinem Land, komm mal her, bitte. Aber wo ist sein Land? Äh, siehst du? Ali, hol mich vom Würfelpark an. Nein, warte. Hast du mit dem Dön noch so ein Ticklalabach? Ja, alles klar, Mann, wo ist dein Würfelpark? Wo ist dein Würfelpark? Wo ist dein Würfelpark? Nein, du öll dich nicht, öll dich nicht, öll dich nicht, öll dich nicht. Ja, ich komm zum Würfelpark. Ich gebe Tritte und guck dich an, ich fick dich wie eine Milchschnitt. Deine Mutter war gestern bei mir zu Haus und ich zog sie vor dir aus. Yo, yo, was für Mexiko, ich nehm dich mit nach hinten und fick dich auf dem Lesben-Klo. Haha. Hallo, Ronny. Hey, 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 hey. Wie geht's euch? Ich bin weg. Mua! Muah! Tuck, tuck, tuck. Tuck! Married komm her! Nase! Nase! Nase, komm her! Junge, Nase, komm jetzt her! Und ich werf dir ne Vase! Das wird toll, yeah! Ha! Barried Bang, ich mach ein Gangbang! Und zwei Minuten später sieht dich jeder wegrennen. Ja, hör mir zu, du dumme Kuh, greif mich Sonntags früh von dem Pennymark! Nächsten Stunden kaufe ich Magerquark Geh damit zu McFit Und jeder sieht, wie ich dich jetzt wegtritt Yo, Harkatsch mit Rapgangster Und ich geh aus mit deiner Schwester Ich bringe sie jetzt zum Essen Und später bringe ich sie wegflexen Nämlich Lamborghini Auch wenn ich Aladin heiße bin Ich kein Genie Macht keinen Sinn, muss es nicht Du siehst aus wie ein Fischgesicht Nein, du bestehst aus 70% Nase Ey, Ronny, wir sind Profis Wir sind keine Profis Frag doch den Rap-Parl Da war jetzt die Profis schon in der Vorhinein Irgendwie hab ich den so ein Fisch nicht mehr gesehen Der ist wahrscheinlich immer noch im Klass Der arme Typ Der aber kommt dann zu einer Karriere gefickt Der hatte so viel Potential Der muskulösen Männer oder was auch immer Du hast gesagt Ich mein, kann ja auch nicht jeder so gut aussehen wie der Ingo Hilfe! Helfen Sie mir! Schießen Sie das Fahrzeug auf, bitte! Lassen Sie mich rein! Hören Sie auf! Aua! 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 Gifts leute dafür dass sie hier war vielen 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 dank für alles